Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich ziehe gerne nach Idaho, um einen besseren Auer zu finden. Okay, Sie hatten Ihre Schachteln mit Satschen, Staubsaugern, Instrumenten und Elektronik bei sich? Ja. Okay. Danke dir. Herzlich willkommen. Hier ist Ihre Bordkarte. Danke dir. Herzlich willkommen, genießen Sie Ihren Flug. Hallo Joe. Hallo. Also, deine Mutter hat mich angerufen, du ziehst in ein neues Zuhause in Idaho. Woher kommst du in deinem alten Zuhause? Ich komme eigentlich aus der Soute Astia Street. Ich und meine Familie besassen es ab 2008, als ich 9 Jahre alt war. Ich benutzte mein Staubsauger, nachdem ich und meine Mutter es. Zum ersten Mal bei SE Kastanie ST. Oh, alles klar. Also, wie alt bist du? 20. Wow, süß. Bereit? Ja. Okay. Okay. Okay, du bist gut zu gehen. Okay. Okay. Danke dir. Herzlich willkommen. Hallo, möchtest du etwas trinken? Ich mache Spritze. Okay. Bitte schön. Danke dir. Herzlich willkommen. Das Mittagessen ist zu jeder vollen Stunde fertig. Okay. Geht es dir gut? Ja. Okay. Bist du bereit für das Mittagessen? Ja. Okay. Willst du Enchiladas machen oder den Burger? Ich mache den Burger. Okay. Es wird jede Minute fertig sein. Okay. Hier ist dein Essen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ablagetabelle verwenden. Oh, okay. Genießen. Danke dir. Herzlich willkommen. HMMM. Ich werde Salat, zwei Tomaten und Zwiebeln auf den Burger legen. Das sieht gut aus. Hier gehe ich. HMM. Hört sich gut an. Puh, ich bin fertig. Puh, ich bin fertig. Du bist fertig? Ja. Okay. Ihr Flug ist jetzt in Idaho angekommen. Ho. HMM, sieht gut aus. Ich bin jetzt bereit, wieder zu arbeiten. HMM, ich bin da. HMM. Ich bin da.